Mein Problem ist folgendes. Ich möchte nicht, dass da steht, Bill Kaulitz startet OnlyFans. Ja, das schreiben die sowieso. Weil dann denken alle Leute, die jetzt nicht den Podcast hören und die das nur die Headline lesen, denken dann alle, oh, dem geht's aber schlecht, so Boris Becker-mäßig, dass sie denken, oh Gott, der hat irgendwie sich verschuldet. Aber den wollte ich gleich noch mit dir sprechen. Der hat sich jetzt verschuldet und jetzt muss er unbedingt irgendwie ganz viel Geld verdienen oder da läuft die Karriere nicht mehr. Da machen ja sofort alle so eine... Nein, du musst es anders sehen. Du bist dann der Vorreiter für viele, die es ja auch schon ausprobieren wollten. Ich glaub's nämlich auch. Weil ich glaube, wenn ich es mache, dann ist als nächstes Helene Fischer da. Wenn ich 40 Millionen verdiene, lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass Helene Fischer auch ihre Nippel zeigt. Aber 100 Prozent. Natürlich. Natürlich, was meinst du? Schneller, als du gucken kannst.